Geh, Ronimo! Bitch! Er kommt und mich einfach wirklich weg. Was hast du da, was? Geträgt, so! Alright, 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 Leute, es ist wieder so weit, wir spielen eine Runde Badwars auf DustMC mit HeyStan. Mann, das war ja eine saffengeile Ansage, Sinox, wo hast du denn die her? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt richtig pumped durch das, alright, alright. Ja. Ihr wisst ja, dass ich in Kacknook bin, was Minecraft angeht, PvP, pff, alles easy, aber Badwars, das ist ein harter Shit. Und Sinox bringt mir das hier so ein bisschen bei. Ja. Ich würde mal sagen, wir springen auch direkt ins Match. Wo ist das, Manni? Wo ist das, Manni? Gib mir Manni, Manni. Hier spawnt Bronze erstmal, wo ich bin. Hier. Warum spawnt da Bronze? Ich weiß es auch nicht. Normalerweise ist es immer irgendein Block, der das kennzeichnet, aber okay. Ja, eben. War dann irgendwie so ein Wasserfall oder irgendein Typ, der irgendwas auskotzt? Eigentlich die Hauen. Blutsblut oder Schaft? Ne, schade. Bows und Swords. Also, man kann sich mit 7 Gold das beste Schwert kaufen, aber... Wie viele Blöcke brauche ich denn? Für den Anfang? Ja, so 40 oder so. Ich habe jetzt hier gerade auch 40. Was? Ich habe ja 10. Mit 10 Bronze kriegst du auch 40 Blöcke. Oder was meinst du? Ja, ich meine eine Bronze. Achso, du meinst solche Blöcke. Okay. Das ist, äh, ja. Backsteine. Wie viele Backsteine brauche ich? Ja, das sind eigentlich wirklich solche Ziegel oder so. Okay. Ich brauche Rüstung. Ne? Okay. Ich kann nichts mehr kaufen. Warte, 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 warte. Guck mal hier. 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 Ja. Ist rot. Ist rot. Ich habe noch gar nichts, ey. Das Spiel läuft schon irgendwie seit 10 Minuten und ich habe noch nichts. Mann, ich habe hier richtig Action, Alter. Ist ja fast wie Titanfall. Ja. Du meinst deine ultra geilen Kill Compilations? Ja, so ist man. Ja. Titanfall hat Spaß gemacht. Ja, das war's perfekt. So, ich habe drei Eisen. Was kann ich mir damit holen? Äh, ein Schwert zum Beispiel. Easy, easy, hole ich mir. Wertschwerter, hast du Schwert, bitch? Ja, ich habe ein Schwert. Eins, zwei. Ne, ich frage die Händler hier. Okay. Achso, ne, der da hat. Ja, okay. Ich dachte, es wäre jetzt natürlich auch sehr erschreckend gewesen, wenn du mich bitch nennst. Weil weißt du das? Das kennst du aber von mir. So, ich habe all mein Eisen in ein Schwert investiert. War das eine gute Investition? Ja, ich denke schon. Das ist schon immer ganz gut. Äh, wo gab's immer das Essen? Verdammt. Ach, wir brauchen noch Essen? Oh, grün ist schon tot. Nice. Bevor ich hier irgendwas überhaupt reiße, sind die Sterben schon hier essen. Ja, wir brauchen noch eh so ewig gerade. Also, ich komm mit. Ich komm mit weiter. So. Weißt du, wie du sich ja Blöcke setzt? In der Luft? Schiff dir, ja, ja, ja. So notwendig bin ich nicht. Ach so. Na, das ist ja gut. Ja. Kannst mal sehen. Okay. Okay. Ich weiß auch, wie ich Bunny Jumping sehen. Gott, mal. Weiß ich kann halt. Uh. Wo ist eigentlich unser Bett? Ich hab noch unser Bett noch nicht gesehen. Äh, das ist da in der, also wo wir gespawnt sind, da irgendwo. Und wo? Hat das irgendjemand zugebaut? Nee, aber es ist eher nebensächlich. Na dann? Zubauen, das ist nicht so wichtig. Also, pro Taktik, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Machen die großen YouTuber auch, deswegen machen wir das auch. Ja, genau. Ich würde mich ja nach unten graben und dann von unten ran kommen. Like a bitch. Einfach runterspringen. So. Ja. So. Wo gehen wir hin? Bei den Goldblöcken spawned Gold. Ah, okay. Ich verstehe, da sind diese Respawn Blöcke. Ja. So, wo gehen wir hin? Wo schnappen wir uns jetzt? Ich versuche jetzt mal, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Bin da. 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 Ich war nicht schuld, das war Sinux. Ja, ist schon eine Spitzhacke. Wo? Spitzhacke. Warte, ich gebe dir mal eine. Oh, nice. Soviel dazu. Bleib mal da. 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 Bin hier. Ja, hier. Da liegt was. Warum die? Ja, schon. Für. Für. Doch so wichtig, na dann Ja gut, da wir jetzt nicht mehr sterben dürfen Ist natürlich klar, ich gehe direkt in die Mitte Ja klar Oder ist so eine andere Taktik Die können ja Bögen haben Ich kaufe mir mal einen Bogen Das kostet viel Gold Also ich habe kein Gold, ich habe zwei Eisen Da kommt einer, du hast nicht auf mich gewartet Warte auf mich, da ist ein zweiter Oh mein Gott, und da ist sogar noch einer Ein gelber Oh Stan, oh der Pro Bist du tot? Er auch, er auch, er auch Oh mein Gott Guck mal, was bist du für ein Kacknob, Walter Ich habe für dich die Leute umgebracht Ja, es tut mir leid, ich weiß nicht Du musst dafür die Spitzsacke nehmen, ne? Scheiß drauf Spitzsacke ist für Nubs So, jetzt wird gerollert Guck dir dieses Bunny Jumping an Hast du das gerade gesehen? Ja, das ist echt, also wow Oh, da ist einer runtergefallen, was ist ein Kacknob Und jetzt das Block, äh, das Bet-Block, wie auch immer, zerstören Wo ist es? Wo ist es? Da in der Mitte, dieser Diablock Ach, das ist das Bett? Ich dachte, das Ding heißt Bedwars, weil es ein Bett ist Äh, ich weiß auch nicht, wie so das hier Bedwars heißt Guck dir mal, ich hätte das Team gefickt Ich dachte, der Diablock ist ein Respawner oder was auch immer Ist auch eigentlich Ja, das, aber das wusste ich auch nicht Bis gerade eben Ich bin dann Okay, nee, ist der Map Lief gut, lief gut Ja, lief gut auf jeden Fall, ja Ey, ich hab zwei, drei Leute gekillt, was willst du? Ja Ich hab performt, ich hatte Skill Heißt der Kack-Modus, Bedwars und man muss einen verdammten Kristall Oh, wir sind gegnerisch-Teams GG Und ich hab nur ein Fuzzi, nee, als Teammate Als Saft Ja Oh Gott Okay Okay Ja, gut Ich mein, das ist so viel zu beibringen Danke, Sinux, für dein Engagement Ja, ich versuch dich schnell zu töten, damit wir in die nächste Runde können Ja, ja, machen wir so So, okay Ich hab meinen Respawner gefunden Wo ist dieses Bronze-Geschichte? Oh, ich kenn die Maps hier überhaupt nicht Ich hab, glaub ich, bisher irgendwie zweimal auf dem Server Bad Wars gespielt Ja Das ist vielversprechend Ja, und auf der anderen Seite Das ist eine Plattform, die genauso aussieht wie das Wo du Bronze herst Ja, ja, ja Prämium, 56 Ich hab nix übrig gelassen für mein Teammate Und der sammelt Ich geb ihm sogar was ab und der sammelt's nicht ein Was ist das für ein Spaß? Ja, echt mal Ich bin's ehrlich Ich bin so fucking generous und äh So Ähm, da ist einer, der irgendwie ein Problem hat Ich hab Hosen und Shift-Klick links gemacht Jetzt ist mein Internet voll mit Hosen Prämium Also auf GOMO HD-Server hätte das einen Chiefment gegeben Miss-Klick Miss-Klick? Ja, aber ich mein ganz herrlich Hosen, das ist... Ey, kann man gebrauchen Ja, da kann man nie zu wenig haben Also ganz ehrlich YouTuber haben nie Hosen an Ja Echt mal Die ziehen sich dann irgendwie ein T-Shirt an Aber da die ja beim Zocken eh nur sitzen Echt? Ja, mein Gott Sieht doch eh keiner YOLO, ne? Richtig, ich hab so viel Brumse Aber das liegt daran, dass ich Keinen Teammates habe Ich hab nur einen einzigen Putzi, ey So voll kacken Ich hab keine Ahnung, wohin ich muss, aber ich geh mal Und Survival-Games im Community-Zocken hast du ja eh auch geregelt, ne? Ne, total Ey komm, da hatte ich 10 FPS, ne? Das ist sehr wahl Ja, hattest du ja sogar einen Titel geschrieben, hab ich gesehen Ja Alle schreiben 60 FPS 1080p, 60, äh, 10 FPS bei dir und das läuft auf jeden Fall Ja, war schon nice Ja, aber ich mein immerhin So, ist das der Versinnungs, der da hochklettert? Was? Nein, auf gar keinen Fall Der kleine Kuckuck, der stich weg Oh mein Gott, der hat sogar Oh mein Gott, oh mein Gott Ja Was meinst du, wer mehr Blöcke hat, ich oder so? Ähm Geh, Waniwo, Bitch Er kombut mich einfach wirklich weg Was? Was? So, was? Geträgt, so Er kombut mich halt wirklich einfach weg Ja, ja Was hattest du für ein Schwert? Level 2 Oh Ich hab schon wieder nur ein Eisen Ich hatte nur so Standardausrüstung Oh, Alter, du hast noch einen Kill gemacht Ja Oh mein Gott Ich glaub, du wirst echt noch ein Skiller irgendwie Ja, kannst du mal sehen Wir brauchst schon Teammates, wer nicht alles alleine regeln kann Ja Aber irgendwie sind meine Leute ja auch gerade ein bisschen useless So wie du Burn Oh mein Gott Dafür wirst du sterben Spürst du diesen Burn? Und dafür, dass ich 20 Hosen hatte, war dir das schon ein extrem Premium Er macht sich einfach Er macht sich einfach richtig viele Hosen Hey, man kann nie genug Hosen haben Am Ende des Krieges entscheiden immer die Anzahl der Hosen Ich glaub, ich glaub Ich mach mir jetzt extra dafür ein Intro, um das da vorzuschneiden Irgendwie Man kann nie genug Hosen Man kann nie genug Hosen haben, genau Der war sogar aus meinem Ach nein, der war nicht mal aus meinem Team Komm, kill mal den Grün Kill mal den Grün Oh, geil Unser Respawn-Blog wurde schon wieder zockert Hast du ihn gekillt? Hast du ihn gekillt? Nein Ja, nein Den Bogen geschwicken Du hast den Bogenschützen nicht gekillt Ich bin sogar genau genommen, äh, tot Er hat dich sogar gekillt Oh Mann Du bist schlecht Du sollst mir Bad Wars nicht beibringen Nicht ich dir Ja Der hat keinen Der hat keinen Ach, da ist blau Siehst du das? Die stehen da alle unten Hier bei mir Die stehen da alle unten Was ist das für ein Versager-Team? Ja, kickst die alle weg Ja, wie denn? Ich komm nicht an den Fuzi hier dran Ich spring einfach runter So, komm Geträgt Easy Was sind das für Minecraft-Posts? Das sind ja alles Kack-Noobs, Alter Ich dachte, alle Kiddies wären hier Pro Ich hatte voll Respekt, aber das ist Die können ja nix Da ich wahrscheinlich sowieso nicht gewinnen kann, weil die alle Bogen haben und was weiß ich nicht Und mein Team-Mate sowieso voll Hong ist, der unsere eigene Bestes hier zu baut Oh Gott, ich komm hier nicht mal durch Na gut, so viel dazu So, baue ich hier einfach die Scheiße voll, sodass keiner hier zu reinkommt Oh mein Gott Ja, aber renn doch einfach mal zu dem schlechten Team Und Ich baue den Block ab Und kill sie Ich glaub, die sind Ja, da sind so viele grüne Fuzzis Die grüne, die killen grad ein bisschen viel rum So Das würde ich mal sagen, ist sicher Ich mach hier voll die Sneak-Attack Ich hab 200 Blöcke nach oben gebaut Und jetzt So kennt man nicht Ja Surprise, but 6 In deinem Trailer Das ist so geil Du warst das immer Ich hab das, glaub ich, oft gebracht in fast in jedem Spiel Ja, so Ich find eh, dein Trailer ist so sympathisch Das ist Oh, das ist schon nett Ja Ich seh keine Ahnung, was ich von mir hab Kannst du noch so viel Schleim Meine 100 Leichen kannst du behalten Oh, was ist mit Backkartoffeln los? Der rulert ja richtig Hm Der macht ja High-Skill Oh, fuck Ist eigentlich dein Teammate noch da? Nee, keine Ahnung Der war nie existent Ja, toll Ja, das ist jetzt auch bei meinem Team Das war so Die standen da Haben das Eisen zwar genommen Aber haben sich damit nix gekauft oder so Jetzt hab ich die ganze Zeit zu blau gebuddelt Und blau ist tot Fuck you, ey Ich bin jetzt auf dem Dach Ich bin komplett auf dem Dach Von entlang Oh, jetzt wird sich mit Bogen getroffen Wie hat er das denn gemacht? Ich war am Rennen Ist dein Bett noch da? Also dein Nee Wir sind tot So Das waren die zwei Runden Badwurst Absolut gerulert Ich hab drei Kills in der ersten Map gemacht Und wahrscheinlich auch noch drei Kills in der zweiten Map gemacht Und ich bin zweimal gestorben Und der ist zweimal gestorben Ja, ich bin auch hier gestorben Ja, aber Und dafür, dass ich alleine in meinem anderen Team war Hab ich ganz gut performt, find ich Und das war's für diese Folge Schaut mal vorbei bei Xinox Falls ihr diese Stimme sympathisch und knuffig findet Hihi Und schaut auch mal Den kleinen Golden Boy Ja Die Goldglocke Die Goldglocke Und Schaut auch auf jeden Fall mal bei Stan vorbei Der hat seinen Kanal gesplittet Und Auf seinem neuen Stan Play Kanal Sagt ihr auch mal vorbeischauten Ja, ich find's total nett, dass du mit 100 Abotüren aufnimmst Ja, das ist Das zeigt, dass du auch die kleinen unterstützt Ja Vorher hab ich mich nie getraut zu fragen Nee Hatte ich ja noch ein bisschen mehr Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge Und geht mehr Flossen Flop